Für wilde Vögel arbeiten wir zusammen dann mit Paros, wo Alfioni ist. Und für amerische Vögel sind wir eine Station von Archellon. Das ist die große Rescue Center für. Ja, außer erster Hilfe geben wir auch Hospitalization, so Rehabilitation. Und was wir machen möchten dann am Ende ist, dieses Tier wieder zurück in sein Naturgebiet zu bringen. Und das hat auch ganz viel geändert, seitdem Janis hat erst angefangen selber, bevor es eine Organisation wird. Ja, damals war es ganz anders. Und damals gab es auch nicht richtig Hilfe von der Polizei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017